Mit Politikern und Bürgern vor Ort regelmäßig ins Gespräch kommen. Das war das Ziel des 2. Bayerischen Kommunalkongresses der Freien Wähler in Nürnberg. Mehr als 150 Kommunalpolitiker aus ganz Bayern waren dabei. Wir haben über 6.000 Kommunalpolitiker bei den Freien Wählern in Bayern. Und hier muss man natürlich auch immer hinhören, was sagen die, was sind denen ihre Gefühle, ihre Probleme. Und diese Probleme wollen wir ja natürlich in den Landtag hineintragen. Denn wir als Landtagsfraktion sind letztlich die Speerspitze unserer Kommunalpolitiker. Und das wollen wir sein und deswegen machen wir so einen Kongress. Ein besonders wichtiges Thema für die Kommunen ist derzeit die Integration von Flüchtlingen. Wie diese gemeistert werden kann, wurde auf dem Podium diskutiert. Mit dabei Alexander Holt, Freie Wählerkandidat für das Amt des Bundespräsidenten. Für eine gelungene Eingliederung brauche es einerseits den Integrationswillen aller. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich die Rahmenbedingungen. Wir brauchen die Fähigkeiten. Die Kommunen vor allem brauchen genügend Geld. Wir brauchen genügend Lehrer, damit Kinder tatsächlich Deutsch lernen und das in ihre Familien tragen können. Und wir brauchen clevere, smarte Lösungen auf dem Arbeitsmarkt und im Wohnungsbau. Mit den Bürgern offen über ihre Ängste in Zusammenhang mit fremden Kulturen und islamistischen Anschlägen zu sprechen, sei eine wichtige Aufgabe der Kommunen. Das Bayerische Amt für Verfassungsschutz könne hier wichtige Hilfe leisten, erklärt dessen Präsident Dr. Burkhard Körner. Wir haben im Bereich des Rechtsextremismus eine Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus angegliedert beim Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz. Die Vorträge machen, die Beratungsangebote machen, Workshops, die aber auch den Kommunen vor Ort in ganz konkreten Fällen Hilfe leisten, zum Beispiel Bürgerversammlungen mithelfen zu organisieren oder dort, wo sich rechte Schwerpunkte beispielsweise bilden, den Kommunen Hilfestellung anbieten, wie man verhindern kann, dass Rechte ins Eigentum zum Beispiel von Gebäuden kommen. Auch für den Bereich des Salafismus gäbe es eine entsprechende Beratungsstelle für Kommunen. Denn es sei unbestreitbar, dass auch mutmaßliche Terroristen die Flüchtlingsroute genutzt hätten, um nach Bayern zu kommen. Den zweiten Themenschwerpunkt bildeten die umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP und CETA. Besonders die Daseinsvorsorge sei durch die beiden Abkommen gefährdet. Dr. Dormusch Ünle von der Allianz der Öffentlichen Wasserwirtschaft warnte denn auch vor einer Kommerzialisierung des Wassers durch die Freihandelsabkommen. Für den einzelnen Bürger wäre die Gefahr, wenn ein privates Unternehmen quasi in die Kommune, in die Wasserwirtschaft quasi mit einsteigen würde, dass das für ihn teurer wird. Und es braucht aber nicht nur den Bürger zu betreffen, das kann auch Umweltaspekte betreffen, das kann auch soziale Aspekte wie Arbeitnehmer etc. betreffen. Auch der in Deutschland vorgeschriebene Gewässerschutz sei durch CETA gefährdet. Ebenfalls sehr kritisch bewertet Peter Ziegler von der katholischen Arbeitnehmerbewegung die geplanten Freihandelsabkommen. Es ist nicht ganz klar, welche Bereiche von der kommunalen Daseinsvorsorge davon betroffen sind, weil eben nur ausgeschlossen ist der Bereich der inneren und äußeren Sicherheit. Alle anderen Bereiche sind nicht erfasst, von daher ist nicht ganz klar, inwieweit die davon betroffen sein werden. Weitere Probleme sieht Ziegler auch noch beim Vergaberecht. Er befürchtet eine Liberalisierung und damit einhergehend die Kommerzialisierung des Marktes. Ziegler wird daher auf jeden Fall weiter gegen TTIP, CETA und Co. kämpfen, genauso wie die freien Wähler. Ziegler wird daher auf jeden Fall weiter gegen TTIP, CETA und Co. kämpfen, genauso wie die freien Wähler.